Musik Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf der Winzbach Map im LS17 und wir wollen heute natürlich hier fleißig weitermachen und ich habe ein bisschen Offscreen tatsächlich was bearbeitet oder was gemacht, sage ich es mal so, deswegen nicht wundern. Ich habe uns auch noch was Neues gekauft, das wartet noch beim Händler auf uns, der ist nichts Dramatisches, ist nur eine Hakenliftmulde, damit wir nochmal so eine zweite haben und nicht immer hin und her eiern müssen mit der einen. Und unsere Maschinen sind jetzt endlich mal wieder richtig sauber, Freunde, das ist total geil. Jetzt parken wir den erstmal hier und müssen mal gucken. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was ich heute richtig machen möchte, weil ich eigentlich habe ich gehofft, dass wir, oder was heißt gehofft, hatte ich vor, mich noch ein bisschen weiter mit den Schafen zu beschäftigen und das wollen wir natürlich auch machen. Andererseits müssen wir natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass wir die Rüben nochmal hinbekommen. Das ist auch nochmal so eine Thematik, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Und all sowas liegt hier noch an und da schauen wir mal, wie das Ganze geht und wie weit wir da jetzt so nach und nach mit kommen. Ähm, ja. Ballern wir die erstmal dahin, dann haben wir da auch schon wieder drei Stück. Dann müssen wir mal gucken, was hier mit den... Das Sägewerk ist echt eine geile Nummer, Leute. Also das kann ich nicht anders sagen. Besser kann es gar nicht sein mit dem Sägewerk hier. Aber was ich eigentlich heute vorhatte ist, weil wir natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld haben, dass wir uns noch ein paar Schafe organisieren. Das wollten wir ja letztes Mal schon gemacht haben, aber da passte das ja vom Geld halt auch nicht. Deswegen machen wir das heute. Erstmal werde ich hier aber nochmal kurz ein bisschen Stuff in den Aparillo hier reinwerfen. Und zudem sei nochmal kurz gesagt, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder noch nicht. Aber deswegen sage ich es euch jetzt nochmal. Ähm, ich habe ja das Nebenprojekt Ähm, LS, äh, Quatsch, LS. SimuTime am Laufen. Das ist ja von mir ins Leben gerufen worden quasi. Und, ähm, da gibt es eine Instagram-Seite. Da bin ich im Moment wirklich sehr aktiv bei Ähm, sehr aktiv bei immer Infos zum LS19 und, äh, später auch für, für andere Games am Posten. Deswegen, deswegen schaut da gerne mal vorbei und lasst auch liebend gern nochmal, mal ein Follow da. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil, ähm, ja, deswegen, das ist so auch meine, ja, ich sag mal, ne, meine, weil, wofür brauche ich für mein YouTube-Dasein, Instagram-Account, da poste ich eh, äh, ich sag mal, nicht so viel, wenn, dann würde ich da, keine Ahnung, nur irgendwelche, welchen Unsinn posten, sag ich mal so. Ähm, deswegen habe ich gesagt, mache ich das halt, äh, gleich mit dem, mit dem, äh, SimuTime-Account. Das heißt, äh, da poste ich dann auch ab und an mal irgendwas anderes. Aber schaut da gerne mal vorbei, Leute. Lasst mal ein Like da oder ein Follow, sag ich mal so. Weil, vielleicht schaffen wir ja diese Woche oder jetzt, wo ich das Video mache, diese Woche noch, ähm, noch die, äh, 30 Follows, glaube ich. Ich gucke mal gerade live im, 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 in der Aufnahmesekunde. Ich öffne mal eben Instagram und gucke mal, wir haben aktuell 22. Vielleicht schaffen wir es ja noch und, ähm, und schaffen die 30. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil, äh, ich hab da auch, äh, relativ viel Spaß dran und das ist auch für mich, äh, relativ easy, das Ganze, ähm, ja, hin und her und, ne, zu recherchieren und so weiter und so fort. Ähm, deswegen wäre halt ganz cool. So, der Roboter hier, den hab ich jetzt mal eingestellt, den muss ich aber irgendwie noch mal, noch mal vernünftig einstellen. Irgendwie, irgendwie hier so vielleicht. so, dass der hier nochmal den ganzen Kram, äh, mitnimmt. Ja, klappt, klappt irgendwie auch nicht so gut. Das ist hier alles so ein bisschen verkorkst. Aber hier sind schon mal ein bisschen, ist schon mal ein bisschen, äh, Wolle am Start. Das heißt, wir können mal gucken, guck mal hier, fast 50%, 90% sind die am Start. Das heißt, ähm, erstmal werden wir uns zu dem Kuhhandel hier, oder generellen Handel, nehmen Schafe und kaufen uns da jetzt noch mal, ja, komm, 20, 30, 40, 40, ja, 45 Schafe, da haben wir nämlich 50 insgesamt. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Dann gehen wir hier wieder zurück zum, was ist das denn? Ach, ist das die, ist das dieser Dings, dieser Trigger von diesem, von dem Teil da? Also, äh, von, von, von dem, von dem Roboter da? Das kann natürlich sein. So, Schafis! Hallo und willkommen! Hier sind ja, hier ist ja ordentlich, hier ist ja mächtig, was los auf der, auf der Weide. So, das heißt natürlich auch, im Umkehrschluss, ja auch eigentlich, dass die natürlich auch viel, viel mehr, viel, viel mehr Zeug brauchen. Das heißt natürlich auch, dass wir hier jetzt mal ein bisschen Gras reinfahren müssen. Und vor allem heißt es auch, dass wir mehr, mehr Gras machen müssen. Und da sehe ich ja aktuell noch so ein bisschen unsere Schwierigkeit drin, aber jetzt haben wir natürlich ja noch, guck, ein bisschen Geld am Start. Ähm, wo wir vielleicht ja auch noch was, äh, nochmal das ein oder andere Feld jetzt kaufen können. Warum lenken der so komisch hinter? Das war doch bei den anderen nicht so. Ach, ich hab hier M, M, M an. Ich hab mich schon gewundert, weil man kann ja hier mit dieser Feststellfunktion, boah, ich hab, ich hab grad schon Panik geschoben, Leute. Wirklich Panik. Aber alles im grünen Bereich, alles, alles ganz locker und entspannt. So, den hängen wir hier ab. Dann nehmen wir uns natürlich hier unsere Forke. Ich muss die tatsächlich so ein bisschen weiter raus machen, damit ich hier überhaupt was sehe, ne? Wobei hier können wir ja gar nicht so weit raus, da muss ich dann halt ein bisschen aufpassen mit. So. Oh. Sie ist ja eigentlich fast die andere noch mitgehabt. Ich glaub, wir hätten eigentlich schon mal gleich zwei eiskalt mitnehmen können, aber schauen wir mal. So. Bisschen das Ziel verfehlt. Einer. Äh. Sauberkeit. Wasser. Ja. Einer geht da glaub ich noch, ne? Freunde. Einen, einen wollt ihr bestimmt noch haben da. Das denke ich mir doch mal. So. So, ich bin auch heute tatsächlich so ein bisschen in der Vor-, in der, äh, äh, etwas längeren, äh, Aufnahme-Session. Ich hoffe, das klappt alles, weil jetzt doch die Zeit so ein bisschen sehr knapp geworden ist. Ich wollte ja eigentlich, äh, alles vorproduzieren für die Zeit, wo ich im Urlaub bin. Denn jetzt ist natürlich noch ein bisschen was dazwischen gekommen, wie man das dann halt so kennt, ne? Man kennt ihn. Ähm, und ich, ähm, ja, das ist doch super. Äh, und ich hab, äh, jetzt natürlich noch nicht den Plan, äh, geschafft, den ich, äh, machen wollte. Also, ich wollte eigentlich jetzt über, über die Woche bevor, also, die Woche bevor ich in den Urlaub fahre, äh, wollte ich halt so immer mal jeden Abend ein bisschen was aufnehmen. Da hab ich nämlich nicht an einem Tag so viel, äh, wie es natürlich jetzt der Fall ist, weil ich hab's natürlich nicht geschafft und, äh, 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 nehme natürlich jetzt, äh, achso, ne, hä, die wollte ich doch gar nicht, ich wollte den anderen haben. Und habe natürlich jetzt, jetzt so sehr viel. Ähm, ist natürlich ein bisschen doof. Weil ich jetzt, äh, quasi für eine Woche komplett heute aufnehmen muss, weil einen anderen Termin hab ich, hab ich nicht mehr. Ähm, und, äh, ja, das muss ich schaffen. Weil ich möchte natürlich, dass hier jeden Tag was kommt auf, auf dem Channel, ne? Ist natürlich klar. Und, äh, ja, deswegen muss ich hier Vollgas geben, Leute. So, jetzt gibt das hier noch mal ein bisschen Geplätscher. Guck mal, wie das plätschert hier. Ja, mal gucken, dass wir da reintreffen, auch reintreffen, so. Ja, so, super, ne? Alter, jetzt sind die ja auch ganz schön durstig hier, die Biester. Ja, plätschert weiter, das ist doch gut. Dann stelle ich nämlich hier mal den, den Helfer kurz ein. Nochmal vernünftig. So, der Tank ist leer. Das heißt, ich muss mit dem tatsächlich dann doch mal, doch mal wieder da was aufladen gehen. Aber was wir gleich noch mal checken werden, ist die, die Graskoppel, die wir da, die wir hier kurz, kurz an uns dran noch haben. Ob wir die nicht, äh, ob wir die nicht nutzen können. Weil dann würden wir da noch mal vernünftig ein bisschen Gras machen. So, erstmal hier Wasser aufladen. Ja, genau, die Kette ist natürlich auch echt massiv. Allein, dass das hier was kostet, ist erstaunlich. Aber, naja. Gut, aber dann haben wir hier zumindest schon mal, äh, schon mal ein bisschen was. Und ich muss auch noch gleich Sachen packen, Leute. Und, äh, naja, weil es ist zum Glück nicht viel. Ich bin ja nur eine Woche weg. Das heißt, das ist nicht ganz so dramatisch. Und dann, äh, bin ich danach aber auch wieder da. Dann haben wir auch wieder Zeit, um, um hier richtig loszulegen und Folgen zu machen und so weiter. Und, äh, dann kommt schon fast der LS19, wenn ich eigentlich wieder da bin. Das ist eigentlich genau die Woche, bevor LS19, äh, rauskommt. Ähm, vielleicht habe ich aber tatsächlich ein bisschen Glück und kriege LS19 schon ein bisschen früher. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich da schon mal zumindest Folgen vorbereiten kann. Dass zumindest an dem ersten Tag, wo LS19 released wird, also an dem 20. Tragt euch das schon mal in euren Kalender ein, Freunde. Dass wir da zumindest, ähm, dass wir da zumindest schon... Alter. Ich will ja nicht sagen, dass das Ding schwer ist, ne? Aber ich glaube, das Ding ist ganz schön schwer. Dass wir dann auf jeden Fall, äh, schon mal die ersten Folgen, äh... Oder dass ihr die ersten Folgen dann schon mal auf meinem Kanal sehen werdet. Aber mehr dazu gibt es, wenn es dann soweit ist. So, jetzt stelle ich das Ding hier einfach hin. Klack, fertig. Dann balleie ich die, 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 die Dings hier noch davor. Klack, fertig. Und fertig haben wir das, ne? So. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht das Feld dort uns noch schnell kaufen können. Dieses Grasfeld, was wir da ohnehin schon haben. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hier ist doch irgendwo ein Grasfeld, ne? Ja, hier. 86. Feld 86 ist das. Das können wir gut haben, du. Ne, ein weiter will ich. Hier das will ich haben. Ich muss hier längs. Lass mich jaun, ich bin durch. So, wie viel kostet uns das? Wir haben ja nicht mehr so viel. Warum haben wir nicht mehr so viel, Freunde? Wir haben zu viele Schafe gekauft. Dann lass mich mal kurz hier rein switchen. Lass uns mal kurz gucken. Wie viel gibt ein... Wie viel gibt ein Wolle aktuell? 5.000? Bäm, Leute. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Aber wir wollen ja erstmal hier ein bisschen Kartoffeln. Hier, da haben wir auch nichts mehr von. Hiervon haben wir auch. Ist das weit weg? Ne, das ist hier gleich um die Ecke. Dann... Holen wir davon nochmal ein bisschen was ran. Und dann verkaufen wir das Zeug nochmal ein bisschen. Denke ich mal. Oder wir verkaufen unsere Mulde, die wir jetzt nochmal gekauft haben, nochmal für einen Augenblick. Weil wir die jetzt nicht so dramatisch dringend brauchen. Müssen wir mal gucken. Oder wir ernten einfach unsere Felder nochmal ab. Was haltet ihr davon? Das ist eine gute Idee eigentlich. Dann lass uns hier nochmal ein bisschen Gas geben. Und uns unsere Felder einfach noch ein bisschen abernten. Aber das würde ich sagen, gucken wir uns dann in der nächsten Folge noch genauer an. Ich bereite hier schon mal alles vor. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.